Hallo, hier ist Python. In diesem Video zeige ich euch ganz flott, wo ihr die TM19 mit der Attacke Gigasauger in Pokémon, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle finden könnt. Dafür starten wir in Trostu und haben die VM-Surfer dabei. Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Also nicht vergessen, VM-Surfer muss hierfür schon freigeschaltet sein. Ansonsten geht es von Trostu aus einfach Richtung Süden etwas folgen. Dann geht es hier einmal über die Stege und dann ganz wichtig, hinter dem Stein im Wasser, da ist die Stelle, an der wir surfen wollen, dann noch etwas dem Wasser folgen und da sind wir auch schon. Gigasauger ist eine spezielle Attacke vom Typ Pflanze mit 75 Stärke und 100 Genauigkeit und hat vor allem den Effekt, die KP um 50% des angerichteten Schadens zu heilen. Also auf jeden Fall keine schlechte Attacke, eine Attacke, die man doch hier und da schon mal gebrauchen kann. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch mit diesem Video nochmal helfen konnte. Bis dahin, macht's gut, ciao!